Ach, warum bin ich nicht die Karne, die jeden Macho-Mann haben kann? Und warum geschieht denn mir allen so etwas niemals mit einem Mann? Ja, wenn ich einen mal infisiere, dann schaut er garantiert sofort weg. Ich trau mich gar nicht mehr aus der Türe, es hat ja doch alles keinen Weg. Genau. Vielleicht liegt es an meiner Haut, vielleicht bin ich einfach nicht gut gebaut. Vielleicht liegt es an meinem Bauch und große Flüsse, sag ich leider auch. Es ist mein Ohm, wie es mal war, so ist es heut nicht mehr, das ist mir klar. Es ist nicht so, ich glaube nur, so eine Frühjahrskur, ich keine Spur. Wenn die Oper geh ich studieren, schau mir die Karne jetzt täglich an. Im Parkett lerne ich verführen und wenn man umgeht, will einem Mann meinen Nachbarn in seinem Sessel, den von sich gleich einmal fahrisch anziehen, knee, meine Hand rutscht an seine Fessel. Der Kühnberg ist z EVERYB Revier, der Kühnberg ist kling handler, kann nun sie für eine lingereibilität von Bedeutung. Wie kann ich nur, ich will nur bitte kein Licht, sonst liegt der Mann am Ende mein Gesicht. Wer verhängt sich aus dem Oberhaus, denn der Kühnberg ist einhenhlər entranceen raisiger Ich hab's geschossen, ich fühl die Kraft, in mein allergut, der rote Saft. Ich fühl mich gut, ich hab' Mut, ich hab' den Karnmannschat in meinem Blut. Jedes Mal, wenn die Opa aus ist, werd' ich zur karnenden dunklen Nacht. Jedermann, der dann nicht zuhause ist, wird sanft von mir zum Objekt gemacht. Leises Schleuch' ich wohl verlangen, ruhig wie ein Schattern hinterher. Ich hab' schon viele Gärten gefangen, ich will nicht einen, ich will nicht mehr. Als erstes nahm ich mir den Klatsch, die dritten Zähne machte mir nichts aus. Dann kam der Karn mit seinem Ball, den Schünen tun, was nahm ich aber ab. Jetzt fühl dich an's, den hab ich ganz und gleich danach verfühl ich noch den Franz. Ich bleib' den Männern auf der Stur. Die Karnen stört, ja wie der Kurteil. Applaus Vielen Dank.